hallo und herzlich willkommen zur folge 40 des Euro Truck Simulators 2 ja was geht so ab zum einen was ganz cool ist weil ich habe gerade mal ein bisschen rum getestet und geschaut wie viel kohle wir brauchen für unseren neuen lkw allerdings müssen wir noch ein bisschen arbeiten dafür brauchen wir nämlich 240.000 euro im moment haben wir 197 das heißt wir müssen noch ein bisschen was arbeiten aber das kriegt man denke ich ganz gut hin wenn wir keinen blödsinn machen und das gut durchziehen dann sind wir in zwei folgen soweit dass wir die 240.000 zusammen haben jetzt müssen wir erst mal den nächsten auftrag anfangen aber das ist ja alles wie immer kein problem bei uns wir geben einmal ein bisschen stoff hoffen dass kein blitzer hintergegen steht weil sonst haben wir natürlich mal wieder die harschkarte so was ich auch ganz cool finde ist in europa sind ja die die warnzeichen vor scharfen kurven immer weiß rot ja aber in schweden was haben die da 44 moment warum muss ich das so weit hinfahren zu dem auftrag wo ist der auftrag was da los vor allem ist der auftrag weg den ich den ich eigentlich hatte und da bin ich mal gespannt und in schweden sind die wandtafeln bei gelb blau finde ich einfach sehr cool mich irritiert es gerade wir fahren jetzt einfach mal zu dem auftragszene und dann gucken wir mal was da los ist und weshalb wir da überhaupt hinfahren müssen bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Leute, guckt mal jetzt bitte aufs Navi und sagt mir, dass ich nicht verrückt bin. Das Navi schickt mich eindeutig die Straße weiter. Da war aber nichts. Mann, die haben mich voll verarscht. So, jetzt Stockholm. Stockholm ist das Beste, was wir hier jetzt im Moment kriegen können. Dann nehmen wir das. Eigentlich war da was anderes veranschlagt, dass ich einen anderen Auftrag hätte fahren sollen. So, aber jetzt fahren wir einfach den Auflieger von Ica nach Stockholm. Ist ja egal, von Ica muss man sowieso wegfahren. Und ich glaube, der Grund, dass wir so weit rausfahren mussten, ist einfach, dass hier so eine Art Zentrallager ist. Und deshalb war das ein bisschen so aufwendiger und ich habe mich natürlich gleich wiederverfahren. Aber das ist egal, wir sehen uns nachher in Stockholm. Ich denke, dass wir uns in der Aufwärmie nachhören müssen, also wiederholen können. Ein blocking œuvre und besser auf piston... In der Aufwärmie nach Mäkkai Untertitelung des ZDF, 2020 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 Aber da werde ich mich eben erst nachher mit wirklich beschäftigen. Einparken. Ist natürlich immer mühselig, aber es gibt halt immer diese Extrapunkte. Und die will ich mir nicht entgehen lassen. Deshalb nehme ich die auch. Ne, nicht schon wieder. Also soll ich den selben Auflieger wieder zurückfahren? Ihr seid ja Helden. Dann müssen wir halt wieder nach Polen fahren. Was soll's? Geiler Sonnenuntergang, Mann. Ist ja wirklich großartig. Wir müssen uns ein bisschen ran halten. Sonst kriegen wir das nämlich in zwei Folgen nicht gebacken, dass wir uns... Moment, links rum. Dass wir uns den neuen LKW leisten können. Deshalb gebe ich auch... Hallo, stehen bleiben. Und ich kriege mir noch eine Strafe, weil wir über Rot gefahren sind. Warn, grün. Warn, grün. Dann müssen wir rein, hier. Das wird ein interessanter Auftrag. Vor allem da hinten dann rauszufahren. Von der Baustelle runter. Ey, und mein WhatsApp regt mich heute auf. Also da ist so viel Grubel. Die haben alle nichts zu tun. Uiuiui, ja, 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 ja. Das ist mal eine Herausforderung hier. Ja, da steht schon einer und guckt mir blöd zu. Oh, kriegt das hin, kriegt das nicht hin. Natürlich kriegt man das hin. Hallo. So, also wir sind auf dem Weg nach... Wo geht es denn überhaupt hin? Ulstin in Polen. Bis nachher. Aufsteh. Okay. Aufsteh. беремся. Och b outgoing. Aufsteh. 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 Raimkio. Tsch. Link. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Aufschlag annehmen, rückwärtsgang reinhauen. Hier müssen wir jetzt aufpassen, dass wir erstmal gerade rausziehen. Sonst bleibt man nämlich da gleich hängen. Gut, haben wir gemeistert. So, auf nach den Süd. Da waren wir ja erst. Müssen wir die selbe Kackstrecke wieder, die wir gerade hergefahren sind, wieder zurückfahren. Naja, bis nachher. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, mir stellt sich immer noch die Frage, ob es in Polen keine Autobahn gibt. Ich bin zwar am Ende jetzt wieder ein kleines Stück Autobahn gefahren, aber das ist so wenig. Ich fahre eigentlich alles über Land. Kaum mal irgendwie Autobahn. Und dann sind ja die Straßen auch so. Zickzack. Das ist ja auch noch mal so ein Ding. Das wären wenigstens so amerikanische Straßen wären. Bei denen es einfach nur geradeaus geht. Aber ne, die machen dann hier fünf Kurven, wenn es auch gerade gehen würde. Na ja, so ist es halt. Wenn ihr es besser wisst, falls ihr mal in Polen wart, dann schreibt es bei den Kommentaren, falls es da Autobahnen gibt. Weil ich bin nicht davon überzeugt. Aber trotz allem sind wir unserem Ziel ein bisschen näher gekommen. Wir haben 219.000 Euro jetzt. Es fehlen noch 21.000. Das kriegt man, denke ich, nächste Folge locker hin. Auch dieses Mal haben wir knapp 22.000 Euro Gewinn gemacht. Ja, also. Kaum läuft. Noch zwei Folgen. Dann geht's ab mit dem neuen LKW. Bis dahin. Ciao, Leute. Ciao, Leute.